HILIAS! Komm, HILIAS! Komm! Auf Wiedersehen! HILIAS, mach zu! Hier da vorne, HILIAS! Oh! Oh, meine Ahnung! Ouh! Oh! Und hier muss einer die Linie, hier muss einer hin. Wo soll er denn da hinschießen, Mensch? Und jetzt helft dem David einer. Geh, hier die kommt. Komm, hier die kommen. Und wieder nach außen anbieten. Und spielen mit Künken. Jawohl. Und plack außen jetzt. Jawohl. Und weiter nach außen. Weiter nach außen. Und wir auch. Jawohl. Gut helft jetzt. Komm, da riecht ihn schon. Anreifen. Ich möchte wieder rein. Spreche. Ich möchte jetzt mal hier. Und wir haben den Schatz gefunden und vom Schatz sind seine Eltern rausgekommen, die mir da ist. Anreifen! Vom Schatz, wir wollen sagen, dass ich das mache. Darauf greifen wir an den Armen! Jetzt sehen die Eltern, die sich wieder rausgemüde. Geht doch mal vor, Mensch! Liegt das Gabriel, wer kein! Siehst du überhaupt? Oh, herbe viel Stau! Richtig fliegt, du kannst! Oh, na, Aussicht! Nicht ganz links! In der Mitte links, nicht? Die Uhr. Eben ein Uhr zu uns, Mensch! Komm mal da! Komm, Luki, 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 Luki! Komm, bleib in die Mitte! Ich bin da nicht! Jetzt spielt da keiner mehr vorne! Rügt doch mal auf, Mensch! Gehe! Geh in die Mitte rein! Geh in die Mitte! Entschuldigung! Abschluss! Nimm an, du da aussehen, guck mal, komm mal, da aussehen! Bitte decken! Jetzt kommt Mario! Hermann, deck die zwei! Der da! Der da! Der da! Der da! Die einsteig! Die einsteig! Die einsteig! Ja! Arm hoch, wer kein! Der da! Arschluch Die Busse ist vorbei gefahren. 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 Die Busse ist vorbei. Die Busse ist vorbei. Die Busse ist vorbei gefahren.